Musik Also der wohnt in einem Schloss Es hat eine Krone Und er sitzt auf dem Ton Hat eine Krone auf Es hat ein Tor Und es hat eine Kutsche Bist ihr die Lösung? Du bist meine allerletzte Hoffnung Dann ruft an und gewinnt eines der tollen Weihnachtspakete Bestehend aus dem Buch am Weihnachtsbaume von Terzio Dem Spiel Bärenklau mit Schnabelgrün Und dem Schnabelgrün-Geschichtenbuch von Noris Spiele Sowie einer von vier tollen Gebäckdosen von Lamberts Es kann losgehen 01378 00 2202 Ich suche den Weihnachtsstand für euch Oder schreibt uns eine E-Mail an Gewinnspiel at rmtv.de Und nennt uns das Lösungswort